Achtung, Achtung, ungewöhnliche Reaktionen, medizinisch nicht erklärbar, Diagnose, Aufräumallergie. Was mit mir da vorgeht, also das ist echt rätselhaft. Ein Phänomen, was mit mir geschieht, wenn Mames Zimmer kommt und das ganze Chaos sieht. Da werd ich blass, huste wie verrückt, ich schliefe in mein Taschentuch und je nur mehr gebückt. Fühl mich krank, leg mich auf die Bank, hab mein altes Leiden wieder, immer Gott sei Dank. Aufräumallergie hab ich jeden Tag, da hab keine Medizin. Aufräumallergie, weil ich das nicht mag, zieh's vor mich zu verziehen. Allergien Ich weck es vor Allergien Denk ich daran, wie lang es dauern kann, das Ordnen und das Putzen fang ich lieber gar nicht an. Mein Auge tränt's und meine Nase juckt's, denn Mama will, dass ich die bin, die in die Hände spuckt. Auf, ins Bett, rasch die Lichter aus, ist mir furchtbar, fall ich doch schon wieder fall ich aus. Aufräumallergie hab ich jeden Tag, da hab keine Medizin. Aufräumallergie, weil ich das nicht mag, zieh's vor mich zu verziehen. Aufräumallergie gegen sowas wächst, leider weit und breit kein Kraut. Aufräumallergie, jetzt ist wie verhext, wie es mir vom Putzen graut. Diagnose Allergie, empfohlene Therapie, absolutes Aufräumverbot. Die Aufräumallergie verfolgt mich wie gesagt, und darum wird der große Putz ein Leben nicht verzagt. Aufräumallergie, weil ich das nicht mag, zieh's vor mich zu verziehen. Aufräumallergie hab ich jeden Tag, da hab keine Medizin. Aufräumallergie, weil ich das nicht mag, zieh's vor mich zu verziehen. Aufräumallergie, gegen sowas wächst, leider weit und breit kein Kraut. Aufräumallergie, jetzt ist wie verhext, wie es mir vom Putzen graut. Allergie!